Liebe Mobiliar, als wir das neue Haus meiner Tochter betraten, spielten sich dort sehr seltsame Dinge ab. Es wurde mit der Zeit richtig unheimlich und schließlich glaubten wir schon fast am Gespensterrad. Dabei war das wirklich Unheimliche. Eine Bodenschleifmaschine. Und die zwei linken Hände meines Ehemannes. Was immer kommt, wir helfen Ihnen rasch und unkompliziert.